Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmbausteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario. Ja, auch am ersten Juni-Wochenende tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Diesmal geht es um ein Set von Sembo und Sluban. Das vergangene Wochenende war echt spannend für mich. Thorsten hat da eingeladen, Stein gemachtes in Paderborn. Johnny's World ist vielleicht das Stichwort, wenn ihr den YouTube-Kanal von Thorsten kennt. Und er hat eingeladen zum Frühsommerfestival der Klemmbausteine. Ich habe das mitbekommen, das ist ja eine freie Einladung, also man muss ja nicht warten, bis man dazu angeschrieben wird. Und da habe ich mir gedacht, da fahre ich hin, weil ich auch mitbekommen habe, dass die ein oder anderen YouTube-Größen dort, zumindest wenn es um Klemmbausteine geht, auch dabei sein werden. Jetzt bin ich ja hier in einem kleinen Kanal. Ich beschäftige mich mit meinem Hobby. Lasst euch daran teilhaben. Und dann habe ich schon großes Interesse daran, die ein oder anderen mal live zu sehen, die ich auf ihren Kanälen, so wie ihr das bisweilen auch macht, dann verfolge. Jo, und so bin ich den Samstag dann rübergefahren. Das war ein echt schöner Tag. Der Nachmittag weniger schön. Ich bin dann weitergefahren zu meiner Freundin Tanja. Tanja ist, mit der habe ich schon die ein oder anderen Videos ja hier gemacht, euch präsentiert. Schaut da gerne mal rein. Ist ja erklärter Dortmund-Fan. Die hat dann mit ihrem T-Shirt schon auf der Couch gesessen. Zumal... Zumal... Ich nehme immer alles mal auf. One-Tech, ihr wisst. Die hat dann schon mit dem T-Shirt, mit dem Passend auf der Couch gesessen. Wie das Spiel ausgegangen ist, das wisst ihr ja. Das war dann ein anderes Thema. Wieder an der Samstag am Nachmittag. So lief alles ganz schön. Jetzt komme ich aber wieder zurück zu hier steingemachtes und dem Frühsommerfestival. Ich war ungefähr zwei, drei Stunden da und war ganz gespannt. War ganz gespannt, wer mir da alles so begegnet. Zuallererst ist mir Vicky begegnet. Vicky, mein Klemmbaustein-Buddy. Wenn ihr Vicky noch nicht kennt, schaut mal vorbei. Vickys Klemmbaustein-Welten. Wir haben uns ja vor der Weile im Netz gesucht und gefunden und dazu gehört auch Andi von Stein auf Stein zum Ziel. Wir sind inzwischen die drei Klemmbaustein-Buddies. Haben zwei Livestreams, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe. Ja, zwei müssen es gewesen sein. Bisher gemeinsam gemacht und die identischen, in Anführungsstrichen, Sets dann gebaut, um zu schauen, wer am schnellsten ist und euch an unseren Gedanken in dem Moment teilhaben lassen. Wir werden auch wieder einen Livestream rausbringen. Wenn nichts dazwischen kommt, dann jetzt im Juni. Lasst euch überraschen. Zumindest das Vicky habe ich wieder gesehen. Habe ich mich eben sehr, sehr darüber gefreut. Und auch die einen oder anderen aus der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbausteinen war da. Wenn ihr die Facebook-Gruppe noch nicht kennt, bei Facebook seid, schaut doch gern vorbei. Dort geht es um Klemmbausteine. Da sind einige YouTuber dabei und aktiv. Und die einen oder anderen Mocker werdet ihr dort auch finden. Da gibt es immer wieder interessante Themen. Und zumindest war der Frank da, der Karsten war da, der Christian. Später kam noch der Sascha und einige andere. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, bitte entschuldigt und seht mir das nach. Das war für mich dann doch ganz spannend. Und ich möchte mich beim Thorsten in dem Moment bedanken. Der Thorsten hat ja das alles organisiert. Vielen Dank, Thorsten. Du hast dort Süßigkeiten zur Verfügung gestellt, Getränke, alles, was man so braucht. Ist leichter aus das Video vom Thorsten eben zu diesem Festival dann in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne selbst mal reinschauen. Vielen, vielen Dank, Thorsten, dass du das organisiert hast. Ich bin zu schnell, dass du das organisiert hast. Ja, und dann sind mir auch die einen oder anderen YouTuber dort begegnet. Ben Briggs habe ich gesehen. Klemmbaustein Welten war da. Pandoras Box war da. Herr Söße Stein, den lieben Gruß war da. Wir sind kurz miteinander ins Gespräch gekommen. Ich glaube, Frau Leinestein war auch da. Stein Klusiv ist dort unterwegs gewesen. Das war für mich wirklich toll. Ja, die Leute, die ich so auf den Kanälen immer mal verfolge, live zu sehen. Und was mich besonders freut, und das möchte ich doch jetzt hervorheben, ist, dass mir Paul begegnet ist. Pauls Klemmbausteine. Paul, vielen, vielen Dank, dass ich dich treffen durfte. Paul, für euch, die jetzt gerade zuschaut, Paul, ihr ist für mich ein echtes Idol. Denn er hat mich zu meinem Kanal inspiriert. Er war einer der fünf, die ich vor gut jetzt dann anderthalb bis zwei Jahren immer regelmäßig geschaut habe. Und dann den Paul live zu treffen, das war für mich schon besonders. Und was ich total klasse finde, schaut mal, der Paul hat mir was geschenkt. Ist es nicht cool, um mich eingeladen, mit ihm mal einen Livestream zu machen? Das mache ich sehr, sehr gern. Paul, das ist eine große Ehre für mich. Mal schauen, wann es klappen kann. Wir stehen ja jetzt über WhatsApp miteinander in Verbindung. Vielen, vielen Dank für das Geschenk. Es ist eine echte Ehre. Ich wiederhole es nochmal. Ich bin ja hier nur ein Typ, der sein Hobby macht. Nicht mehr und nicht weniger. Ich verdiene hiermit nichts. Ich bekomme keine Sets für lau. Das wisst ihr ja, dass ich dafür nicht zu haben bin. Ja, so, jetzt kommen wir eben zu diesen beiden Sets. Genug habe ich auch in der Vergangenheit immer mal wieder in meinen Videos. Ich bin zu schnell in meinen Videos was zu gesagt. Jetzt geht es um die Macs. Ich kann ja Macs durchaus was abgewinnen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich überlege nochmal ein bisschen. Ich habe auch eine Idee. Es gab mal einen Film, der mich da geprägt hat. Aber das zeige ich euch vielleicht dann im nächsten Video mal einen kurzen Ausschnitt. So, und ich hatte jetzt hier zwei Macs. Einen von Sembo und einen von Slooban. Und habe mir überlegt, komm, bevor du da zwei Videos draus machst, mache ich einfach einen Versus draus. Ihr könnt das sehen. Ich kann, wie gesagt, den Macs ein bisschen was abgewinnen. Wir machen das jetzt so, wie ihr das von mir kennt. Ich wechsle die Kameraperspektive. Dann zeige ich euch erst was zu dem Sembo-Set und zum Bau und das Bauergebnis. Dann gucken wir uns das Slooban-Set an und das Bauergebnis. Dann seht ihr beide nochmal gemeinsam nebeneinander. Ja, und dann sehen wir uns zu meinem Fazit und meinem ganz persönlichen Urteil wieder. Also, bis gleich. So, zwei Macs habe ich hier liegen. Das verrate ich euch noch nicht. Ich war noch ein bisschen unentschlossen. Das eine ist Slooban, das andere Sembo. So, ich klemme mal das Sembo-Set und danach das Slooban-Set. Jetzt überlege ich gerade, ob ich da ein Versus draus mache. Ich weiß es noch nicht. Ich baue jetzt erst mal das. Ihr wisst ja, wenn ihr schon mal bei mir aufgepasst habt, gehe ich mal davon aus, dass ich mal schnell aus zwei Sets ein Video mache und ein Versus. Pumps, fertig. Mal gucken. Ich baue den erst mal. Ich überlege mir das noch. Diesmal keine Kameraeinstellung von oben. Ich denke, das sollte so völlig ausreichen. Da haben wir hier die Anleitung. Ah, da ist ein Männchen dabei. Interessant. Das zeige ich euch später. Da geht es ja irgendwie wahrscheinlich um eine Serie. Hier unten. Seht ihr das? Jetzt haben wir hier. Was ist da? Oh. Oh. Na ja. Ich werde es dir wohl wieder aufbringen, damit es komplett ist. Eins, drei, zwei. Ich würde sagen, sorry, wenn es so laut ist. Sorry. Ich haue dir eins mal hier hin. Und da gucken wir uns das in Ruhe nochmal an. Die Anleitung. Ach, hier ist ganz viel beschrieben. Könnt ihr sehen. Ja. So schaut es aus. Da ist das, finde ich, gar nicht so schlecht. Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Ah, ich glaube nicht. Hier sind nochmal die Noppen dann gelb umrandet. Das ist ja manchmal hier oben in der Darstellung ein Problem bei der Farbe. Bei Funroll bisweilen auch. Und hier werden die Noppen dann immer nochmal farblich. Hier ist es rot. Ich glaube, ihr könnt es nicht so erkennen bei meinem Zoom. Aber glaubt es mir, das finde ich eigentlich ganz gut. Auch hier ordentlich auseinandergenommen. Das gefällt mir. Ich sage mal auseinandergenommen. Welche Steine, wohin? Da haben wir hier einen Kopf. Schaut mal. Vor dem Teil. Seht ihr das? Ein bisschen Licht vielleicht noch so. Und Drucke drauf. Ja, das ist auch völlig in Ordnung in dem Moment. Dann haben wir hier einen Teil. Und hier vielleicht mal eine Fließe. Schwarz. Hier ist so ein leichter Kratzer drauf. Ganz klein. Glänzt schön. Klappt. Geht gut nebeneinander. Die Steinchen. Hier so nochmal. So, jetzt bin ich zu blöde. Nee, geht. Ja, ich bin zu blöde. Geht. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Mit dem Schwarz ist es ja nicht so einfach. Hier, ich habe Bock zu bauen. Meck. Feuerfrei. Um es mit Rammstein zu sagen. Ich bin da schon im Bauabschnitt 3. Das ist ein Element vom Arm. Ja. Da haben wir den Torso. Schaut mal. Ich hoffe, ihr könnt das. Ja, bei dem Schwarz. Kann das ja. Sorry. Sorry. Ein bisschen schwierig sein. Ja, so sollte es gehen. Das sind alles Aufkleber. Außer, wo ist die Pinzette? Außer hier. Das ist ein Drucker. Klar, hier oben hatte ich euch am Anfang gezeigt. Das sind Drucker. Und ich überlege gerade. Nee. Sonst Aufkleber. Und apropos Aufkleber. Schaut mal. Da gibt es ordentlich was zu tun. Ich bringe sie aber alle auf. Das hier. Das ist nochmal interessant. Hier auf den Pin. Ja, da sitzt ein bisschen lose. Seht ihr das? Seht es aber nicht weiter schlimm. Das hier ist auch gedruckt. Könnt ihr das sehen? Dieser rote Streifen hier. Nicht schlecht. Und es gibt noch einen Druck. Wo ist er? Hier. Es gibt so einen kleinen Display. Stand in Anführungsstrichen. Also wird daneben gestellt. Wahrscheinlich möglicherweise. Dann hier mit der Figur. Gucken wir uns dann auch nochmal an. Lässt sich gut bauen. Manchmal sind die Steine ein klein bisschen matt. Und es gibt so ein bisschen so vom Glanz Unterschiede. Hier kann man es gut erkennen. Das ist ein bisschen matt hier. Seht ihr das? Und dann gibt es immer wieder welche, die dann hochglänzend sind. Ist nicht weiter schlimm. Und mittendrin gibt es Silber und ich glaube Black Pearl Teile. Alles in Ordnung. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich verwechsel. Das kommt da ja immer durcheinander. Was diese Pearl Teile angeht. Ja, ich mache weiter. Logisch. Ja, fertig werden. Wir bauen das jetzt mal zusammen. Da fehlt dann nur noch die Bewaffnung. Und das, ja, ich nenne das mal Typenschild. Das klappen wir mal ein bisschen auf. Ich da auch noch ein bisschen rauf erst mal. Einmal. Einmal. Wieder ein bisschen runter. Hier dann auch. Hoffentlich ist das für euch nicht zu langweilig. Zweimal. Dann haben wir hier einen Arm mit der Hand. Könnt ihr das erkennen. Ich hoffe, das klappt so. Mit dem Licht und der Beleuchtung. Bei schwarz ist das ja nicht immer so einfach. Hier ist das ein bisschen, seht ihr das? Der Ballschein ist ein bisschen labbrig. Andere Seite auch. Ich mache es erst mal dran. Mal gucken, wenn ich das irgendwie dann positionieren will. Zack. Inwieweit das hinderlich ist oder nicht. Und dann. Das sieht schon, also das lässt sich gut halten. Dann reindrücken. Manchmal ist das ja ein Problem bei solchen Sets. Ich hoffe, dass das jetzt nicht dann auch auseinander bricht. So, das geht hier auch. Seht ihr? Ja, da. Okay. Dann mache ich noch die Bewaffnung. Dann gucke ich mal, ob man den noch schick, ich sag mal, ausrichten kann. Das sieht aber soweit doch ganz gut aus. Ich mache noch die Bewaffnung und dann zeige ich euch den nochmal von allen Seiten. Stehen tut da. Das gucken wir uns nochmal kurz an. Warum steht hier so ein bisschen Schip? Ich habe hier irgendwo was falsch gemacht. Nicht ganz richtig. Nö. Passt eigentlich. Doch. Geht so. Hier hinten ist es noch runter. So. Ne, doch geht. Stehen bleibt da wohl. Ohne. Ich gucke es mir gleich nochmal an. So. Lang genug geredet. Ich habe mal ordentlich Licht drauf gegeben. Das ist ja bei dem Schwarz nicht so einfach. Das hier ist übrig geblieben. Dann ist das hier. Ich nenne das mal den Stand mit der dazugehörigen Figur. Drucke auf den Arm. Hinten. Mache ich mal weg. Wieder. So. Und dann habe ich den mal versucht, mal ein bisschen Dynamik hinzustellen, so gut es geht. Aber ihr seht, das klappt. Lenker lassen sich gut einstellen. Die Bewaffnung. Dieses Schwert. Habe ich ihn mal in die Hand gedrückt. Jetzt sehe ich gerade hier hinten. Nicht was verdrückt. Das gehört. Was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Hoch. So. Jetzt hoffe ich, dass er wieder so gut steht wie eben. Ha. Also so. Wir rum waren wir jetzt. So rum. Das gefällt mir. Ja. Viele Aufkleber. Die Drucke. Das hatte ich euch schon gezeigt. Trotzdem ist das schön. Und er lässt sich, ihr seht das, auch gut hinstellen. Rand stoßen darf man jetzt nicht. Dann kippt er um. Aber so wird er bei mir im Regal gut stehen können. Und es strahlt eine gewisse Dynamik aus. Finde ich zumindest. So. Ich drehe das mal vorsichtig. Also ganz schön hier vorne mit diesem, ich nenne das mal Tank. Und dann ist meine Pinzette. Dann hier. Das ist echt schön gestaltet. Auch mit den Armen. Der Kopf. Das ist ein Formenteil. Finde ich nicht weiter schlimm. Und dann muss ich mal gucken, dass ich euch den gescheit hinstelle. Also mir gefällt. Gefällt das ganz gut, muss ich sagen. Dann. Fazit. Da liegt der andere Mac. Machen wir mal auf. Sluban. Oh, schade. Schaut mal. Verknickt. Ich hoffe, die lassen sich trotzdem noch gescheit aufbringen. Ach, das ist bitter. Beim Einpacken einfach leider reingestopft. Schade. Hätte man hier auch reinlegen können. Aber ich hoffe, das klappt. Ich vermute mal. Gucken wir mal gleich hier hin. Ne, das sind Bauabschnitte. Dann. Ich haus hin. Und dann gucken wir es uns an. Die 1 liegt da. Komm mir ein bisschen wenig vor. Aber ich hoffe, dass ich hier nicht alles auspacken muss. Wenn, dann ist es eben so. Bauanleitung. Vorige Bauschritte sind ausgegraut. Gucken wir mal kurz. Ich bin gespannt, ob weiß auch hier. Weiß ist durchgängig. Diese. Ja, so ist ganz, ganz leichter Matsch immer, aber zu vernachlässigen. Da drücken wir den hier auch nochmal drauf. Ich baue. Bin gespannt. Ich starte gleich Bauabschnitt 5. So schaut es aus. Klappt das so mit dem Licht? Ja, so vielleicht. Aufkleber lassen sich gut aufbringen. Sind transparent. Hier oben gehörten eigentlich auch jeweils zwei hin. Nun, ich hatte einen davon. Der andere ist verloren gegangen. Das war ja hier alles verknickt. Wer weiß. Klebt wahrscheinlich irgendwo an der Tüte. Da habe ich es auf der anderen Seite auch weggelassen. Ja, das sieht doch bisher, finde ich, eigentlich ganz gut aus. Hier mit dem Kopf. Also, und das Weiß ist echt leuchtend, strahlend weiß. Bin total begeistert. Also weiß sollte immer weiß sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal gibt es da so leichten Schleier. Ja, also das ist echt cool. Gefällt mir. Der Oberkörper ist gebaut. Schaut mal. Hier dann mit den Armen. Ist genug Licht, ja. Das hier. Und das finde ich echt auch interessant. Ist schön gebaut. Das mit den Armen, das klappt gut. Lassen sich dann auch bewegen. Bisschen ausrichten. Und ich wollte euch mal was zeigen. Ach, wo habe ich jetzt die Teile? Ich bin schlecht vorbereitet gerade. Das wollte ich euch mal zeigen, wie hier, wie simpel hier eigentlich ein Gelenk gebaut wird. Ich suche mal schnell die Teile raus. Ich hoffe, das ist euch gerade nicht so langweilig. Und eben Gelenk nicht über, ja, Ballschein, Kugelgelenk. Sondern, ich zeige euch das mal vielleicht hier am Bein erst mal. Hier, das Gelenk. Seht ihr das? Das lässt sich noch mal ein bisschen Licht, so. Und das wird ein ganz simpel gebaut, wenn man denn draufkommt. Brauchen wir die Teile hierfür. Und ganz einfach, hier die Technikteile, ne, mit der Kreuzaufnahme. Einfach hier halt auf die Noppe gedrückt. Und dann den hier hin. Also jetzt fehlt mir eins. Da. Dann das. So. Ich gucke mal drauf. Ja. Dann haben wir hier das Gegenstück praktisch. Nicht zusammendrücken. Dann fliegt es weg. Die Achse. Noch rein. Ich mache das dann meistens so. Knack. Ich stopper drauf. Und dann haben wir jetzt hier ein fertiges Gelenk fürs Bein. Das finde ich echt gelungen. Ein bisschen gerade habe ich mir da was eingerissen eigentlich. Vielleicht kommt es von der Arbeit. Guck gleich mal nach. Also das ist super gemacht. Und hier, ich zeige es euch noch mal. Das funktioniert. Na klar, ich kann jetzt nicht links, rechts. Aber ein bisschen ausrichten kann ich ja hier mit dem Fuß dann. Und hier oben mit dem Gelenk. Das gefällt mir echt gut. Aufkleber. Ja super. Fertig. Du musst ein bisschen aufpassen. Es ist wackelig. Hier mit den Beinen. Weil er auch so kleine Füße hat. Die gehen schnell auseinander. Das sind alles Aufkleber. Könnt ihr das überhaupt richtig erkennen. Hoffentlich ist das nicht zu grell. Na, ich denke es geht. Trotzdem sieht das ganz gut aus. Auch mit den Aufklebern. Ich kann ihn nicht so cool positionieren wie den anderen. Den von Sembo. Ich stelle ihn gleich noch mal da hin. Dabei. So schaut es aus. Das Schwert kann man dann hier hinten anpflanschen. Habe ich jetzt in die Hand gepackt. Das ist ganz okay, meine ich. Das sieht doch an und für sich ganz gelungen aus. Das ist auch cool hier so mit dieser, ich nenne das mal Schleppe. Jetzt seht ihr, klack. Das ist echt schlecht. Das gefällt mir gar nicht. Das ist bei dem anderen besser. Bin ich mal gespannt. Wenn wir die schon noch gestellt kriegen, muss ich Balljoints ein bisschen fixieren. Die Hände sind ganz schön, finde ich, gebaut. Ja. Gebe ich dem nochmal das Schwert in die Hand und dann gucke ich mal, dass ich den Sembo noch hier drauf kriege. Und dann fahren wir sie nochmal komplett im Kreis. Da haben wir sie nochmal beide. Ich hoffe, beim Drehen kippt jetzt nichts um. Einer kippt, zerrt den anderen mit. Die sind eh nicht groß, wie ihr sehen könnt. Es gibt einen Unterschied bei der Teilezahl. Da muss ich dann nochmal nachschauen. Hier muss ich noch was herandrücken. Ich traue mich mal. So. Das eignet sich doch durch Zufall gut für den Vergleich. Hatte ich gar nicht so vor. Aber das hat sich jetzt einfach so ergeben. Und ja, da schauen wir mal, wer zumindest für meinen Geschmack. Vielleicht in die Richtung drehen. Wer für meinen Geschmack dann vorne liegt. Bevor wir zu meinem Urteil im Versus kommen, erstmal ein paar Formations- und Set bestellt, habe ich also beide Sets bei Aldi Express. Das Sembo-Set besteht aus 802 Teilen, hat 23,84 Euro gekostet. Das Sluba-Set besteht aus 670 Teilen, hat 31,85 Euro gekostet. Die Links zu beiden Sets lasse ich euch in der Videobeschreibung. Bei meiner Bewertung lasse ich das Urteil zum Preis raus. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich mich mit den Preisen auf meinem Kanal ja da weniger beschäftige, wenn es eben um die Sets geht. Ich kann das nur bedingt nachvollziehen, dass die einen oder anderen sich teure Sets kaufen, sich im Video dann drüber aufzuregen, nur um sich dann wieder ein Set zu kaufen. Dass es ziemlich teuer ist, um sich wieder drüber aufzuregen. Aber meine persönliche Sicht der Dinge drauf, vielleicht geht es da immer nicht mehr nur um das Hobby klemmen. Ich lasse das mit den Preisen eben raus, weil am Ende muss jede und jeder für sich selbst entscheiden, wie viel einem ein Set wert ist, wie einem das Thema gefällt. Und ob man dann entsprechend dazu auch bereit ist, nur einen Euro auszugeben. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn es nichts von Interesse gibt, ist es selbst ein Euro zu viel. Von daher, wie gesagt, lasse ich das mit dem Preis außen vor. Ich habe mir fünf Punkte ausgedacht. Das hatte ich ja schon mal bei meinem Versus Lego Indie Set versus Fun World Temple Set gemacht. Und das würde ich jetzt wieder so machen. Fangen wir mit den Anleitungen an. Die Sluban Anleitung ist gut verständlich und nachvollziehbar. Also ihr bekommt bei beiden eine Anleitung in Papierform. Alles klappt, es funktioniert, alle Bauschritte sind gut zu erkennen. Ich hatte damit überhaupt keine Probleme. Hat geklappt. Beim Sembo Set gibt es auch eine Bauanleitung in Papierform. Die Bauschritte sind gut verständlich und nachvollziehbar. Ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Das Einzige, wo ich ein bisschen Probleme hatte, das war die Darstellung und die Größe einer Bauanleitung. Ja gut, jetzt werde ich in knapp zehn Tagen 56 Jahre alt. Das kann meinen Augen geschuldet sein. Ich hatte es aber mit der Sembo Bauanleitung, was das Erkennen angeht, schon ein bisschen schwerer. Und von daher, meine persönliche Sicht der Dinge drauf, sehe ich Sluban vorne bei den Anleitungen, bei der Anleitung. Kommen wir, ich gucke darüber, weil ich habe da ein Whiteboard stehen, habe ich meine Notizen gemacht. Kommen wir zum Thema Aufkleber und Prints. Ich habe euch das bei beiden Sets gezeigt. Beide Sets sind gespickt mit Aufklebern. Die gehören aber aus meiner Sicht auch drauf, weil sie die Sets deutlich aufwerten. Bei beiden, sowohl bei Sluban als auch bei Sembo, ließen sich die Aufkleber gut aufbringen. Ich hatte damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Die Köpfe sind bei beiden Sets Prints. Das ist auch erstmal in Ordnung. Am Ende gibt es aber, das hatte ich euch in den Aufbauvideos gezeigt, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube fünf oder sechs Prints außer dem Kopf bei dem Sembo Set. Und deswegen würde ich an der Stelle Sembo vorne sehen. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Sowohl bei Sluban als auch bei Sembo. Alles hat gut gepasst, alles hat gut geklemmt. Ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Weder bei dem Sluban Set noch bei dem Sembo Set ist mir was auseinandergebröselt. Das ist ja recht klein und filigran, da kann man schon mal Sorge haben, aber das hat hervorragend funktioniert. Beim Sembo Set gibt es einige Farbabweichungen im Schwarz. Da ist Schwarz nicht immer schwarz. Beim Sluban Set sind alle weißen Steine strahlend weiß. Ich habe überhaupt keine Farbabweichungen ausmachen können, auch beim Grau nicht. Wie gesagt, beim Sembo gibt es im Schwarzen ein paar Farbabweichungen. Macht am Ende bei dem Look des Sets nicht viel aus. Trotzdem, wenn ich da nüchtern erstmal hingucke, sehe ich Sluban vorn und da steht es im Moment 2 zu 1. Kommen wir mal zum Bau. Das Sluban Set ging easy peasy von der Hand und das hat gut funktioniert. Ich habe das eben gesagt, ein bisschen Sorge hat man am Anfang, dass das alles ein bisschen frickelig ist. Beim Zusammenklemmen war aber nicht so. Es gibt ein paar schöne kleine Bautechniken. Der Mac wächst und das hat mir echt gut gefallen. Beim Sembo Set ganz genauso. Und hier finde ich es ein bisschen spannender, was den Bau angeht, denn es war sehr viel kleinteiliger. Gut, jetzt stecken auch hier 130 Teile drin. Ich will es gern zugeben. Trotzdem hat der Bau mir ein klein wenig mehr Spaß gemacht, weil er nochmal sehr viel mehr schönere Bautechniken drin hat als bei Sluban. Das ist nicht schlecht, aber da ist für mich Sembo in dem Augenblick vorn. Und deswegen steht es jetzt 2 zu 2. Ja, und dann kommen wir zum Design und das ist wie immer meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Das Sluban Set, das ist echt gelungen. Der steht schön hier. Ich finde das ganz gut hier hinten mit, ich nenne das mal dem Tuch und auch hier dieser breiten Schulterpartie und dann mit dem großen Schwert. Das Set hat für mich in der Größe echtes Flair und es strahlt was aus. Und so weiß wie es ist, hat das schon was Edles und Erhabendes. Kommen wir mal zum Sembo Set. Schwarz, abgesetzt mit dem Rot und mit dem Silber. Das sieht schon ein bisschen dunkel und düster aus. Und ich finde das echt beeindruckend. Und da hat er einen Vorteil, dass man den auch ein klein wenig positionieren kann. Ihr seht das hier gerade. Beim Sluban Set geht das weniger gut, weil die Füße einfach so klein sind. Und dann gibt es ja hier bei dem Sembo Set hier vorne auch noch die Figur und das kleine Schildchen. Ich nehme mal an, das geht um irgendeine Anime-Serie oder über irgendeinen Game. Deswegen die Figur dabei. Ich habe es nicht so mit Minifiguren, wenn sie dabei sind, finde ich es doch ganz schön. Und von daher beim Design sehe ich Sembo vorne. Und dann ist mein Sieger eben mit 3 zu 2 Sembo. Ich bin heimgekehrt, Meister. Das ist nicht mehr dein Heim und ich bin auch nicht mehr dein Meister. Am Ende sind es für mich beides schöne Sets, die ihren Weg in meine Meck-Regale finden werden. Ich bereue den Kauf von beiden Sets. Nicht und da fliegt doch nichts in die Tonne. Das ist für mich der Sieger, aber er ist hier knapp hinten dran. Das sieht schon klasse aus in dem Weiß. So, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Was könnt ihr nächste Woche erwarten? Ich habe nächste Woche wieder einen Meck. Den kann man im Hintergrund hier auch schon sehen. Der ist nicht sehr groß. Das Spannende, das Set besteht aus knapp 1000 Teilen. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, hat das Teile insgesamt 52 Drucke. Das ist der Hammer und das sind nicht alles große Teile und große Drucke. Das ist echt spannend. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt, lasst den Daumen da, Klinge, Abo, hier, rim, bim, bim. Und ich werde euch noch einen Star Wars Mock präsentieren. Und das ist auch nicht so sehr von der Stange. Es ist sehr bunt und es geht um eine Szene, die dort nachgestellt ist, die mir sehr gefällt. Ich finde das Design von diesem Mock überraschend. Und da gibt es noch drei andere von. Ich habe mir ein weiteres im Moment schon bestellt. Also, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst den ganzen Krempel Social Media Kram da. Und dann sage ich, jo, tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Bricklempner. Tschüss.